Achtung! Hier spricht Alexander Abraham von Klangberg. Wir unterbrechen das Programm für die folgende Meldung. Die Kybernauten haben Melbourne erreicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Kybernauten haben Melbourne erreicht. Letzte Meldungen zur Folge hat die Invasion in Australien begonnen. Die Stadt Melbourne ist besetzt. Auch der Kontakt zu anderen Städten auf dem australischen Kontinent ist zurzeit nicht möglich. In der Antarktis wurden heute Morgen gegen 8.30 Uhr plötzlich auftretende, starke elektromagnetische Felder registriert. Die Frage, ob eine Veränderung des Weltklimas oder gar eine Verschiebung der Erdachse bevorstehen, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. 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 Der Krisenstab des Internationalen Physikalischen Rates, IPR, sowie führende Vertreter von NATO und Warschauer Pakt trafen sich heute Mittag im streng abgeschirmten Grundlagenforschungszentrum in Zürich. Die Lage wird gemeinsam beraten, Informationen hierüber dringen nicht an die Öffentlichkeit. Von offizieller Seite heißt es dazu, man könne es im Sinne des Weltfriedens nicht verantworten, Informationen freizugeben, da eine Auswertung durch die Kybernauten möglicherweise eine Gefahr für die gesamte Menschheit sei. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Niemand weiß, was die Zukunft ist. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Wir beanteten den führenden Kybernetiker Professor Ludwig Schweitzer von der Heilbronner Physikalischen Fakultät um eine Stellungnahme. Professor Schweitzer sagte, er sei nie mit einem Phänomen dieser Art konfrontiert worden. Man könne sie, was immer es sei, nicht erreichen. Professor Schweitzer befindet sich zur Zeit mit einem Helikopter auf dem Weg ins arktische Meer. Hier treffen sich europäische, russische und amerikanische Wissenschaftler auf dem deutschen Forschungsschiff Polarstern, um über Möglichkeiten einer Kontaktaufnahme mit den Kybernauten zu beraten. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Niemand weiß, was die Zukunft bringt Niemand weiß, was die Zukunft bringt